die da ist eine hunde herde die ganzen zombies kommen von überall weiter die uns aber echt gebraucht krass so ging es ja vorhin aber da war ja das war ja noch mal so viel hier ist doch wieder ein wasserteufel ja alter krass das ist so und wenn du neben mir stehst und entschießt und ich schieße so dann wird der ton dumpfer das ist dann so als wenn die wie im wahren leben sage ich mal so nach also wenn er wirklich schießt wie so eine art knalltraum oder ja da kommt ein zombie rein nein nein und wir locken jetzt die schüsse viel mehr zombies an kann das sein das gefühl habe ich ja auch jetzt können wir den dicken doch noch platt machen halt wie schnell das jetzt geht hier unten ist aber munition meine munis ganz gut alle ich laufe man es von zombie weg und kommen gleich zurück ich lag gerade eben nach so und die mutti mal hier auch noch mal platt und hier war die munition noch ja und da oben ist noch eine mutti super das frisch frisst aber trotzdem viel munition wenn man so ich habe jetzt kein volles magazin ich habe jetzt volles magazin aber einen neuen schuss sozusagen noch als reserve falls du noch munition finden oder so hier gibt es keine munition schade hier gibt es auch scheiße schuldigung hat ich wollte gerade die mutti da schießt genau die mutti alles klar ja solange du das bist bin ich immer noch ganz froh ich glaube man macht sich gegenseitig nicht so viel schaden wie wenn man gegen hat das stimmt munition sehr gut wieder 14 schuss sehr gut hunde du hast recht diese viecher hier vergiften einen die mit dem rucksack auf dem rücken ja die ich habe mich total erschrocken ich habe es dann aber quasi nochmal nachgelesen denn da wird mal ganz grün oder in es neben mordler schnell weg noch einer ach du scheiße denn ist noch einer ja da ich immer die treppe oder ist ja da unten geläufte schon herum agro man da ist ja ganz schön was los bei dir ja irgendwie muss ja auch eine mutti sein oder so aber ich weiß nicht wo aber das löse ding ist draußen ok komme ich mal lieber runter so alles klar so verbunden bin ich jetzt auch wieder auch vögel hoch geflogen ja ich glaube weil du geschossen hast ok also glaube ich weil die fliegen ja auch von uns weg aber gegner jeder nicht jeder da waren das sei denn aus wien und gegner das wäre nicht so gut ich komme mal hinterher genau man hört jetzt noch kein geballer und nix so manchmal echt schwer einzuschätzen alter ist ein zombie vom himmel gefallen sozusagen und hat hier rein gespawnt ich mich erschrocken auch gott hier gibt es munition hatte man komme ich mal zu dir war erstmal die zwei zombies da noch platt jetzt bin ich geschwommen und jetzt hier draußen gelandet ja das krasse man ist im gebäude ist man wieder draußen da ist noch mal munition hier sehr gut jo ach unser moichler haben aufgedeckt und was scheiße ist das direkt neben dem schlechter ach du scheiße das heißt wir treffen so und so auf zwei gruppen sozusagen die einen die zum schlechter wollen und die anderen die den zum moichler wollen genau und dann noch die anderen zwei gruppen die versuchen die anderen zu bekämpfen ja so sieht es aus ja das könnte jetzt brutal werden ich meine wenn die bei dem einen keinen erfolg haben dann kommen sie zu dem anderen das wobei der schlechte ja auch schon verbannt wird ja das heißt die ein wollen rein die anderen wollen raus das kann ja was werden ja ich bin auch gespannt jetzt war ich eben wieder ein bisschen am schwimmen aber es ging noch der wird hinter uns da irgendwo oder da kurz gucken ich sehe nichts sich bewegen ich kann kurz warten die wollen doch bestimmt auch zum hm hm ne ich sehe keinen hm so was ist ja blöd hm hm na ja dann können wir weiter ein versuch was wert ich warte hier trotzdem noch mal kurz also ich gehe schon mal rüber du kannst ja gucken ob mich hier wenn mich jemand anschließt dann weißt du wo der ist also der meuchler hat weiß geleuchtet das heißt ist wahrscheinlich kein gegner noch da frage ist nur wie lange du bist drin ich komme mit der da gab es munition genau dran vorbeigelaufen deswegen habe ich auch ich bin auch nur auf die munition gekommen weil ich hier ist sein jetzt ich komme unten zu dir da wird bei dir irgendwo sonne das ganze zeit hier unten hier ist eine kasse wo ich blute ja komm schon jetzt kommt er nach oben zu dir ich habe mich war sehr gut ich gehe mal unten alles vermieden hier oben kann man auch eine wo wir wo er jetzt steht da am fenster ja aber ich kann ihn ja bewachen in der solange hier unten sind schon gegner also ich meine ich glaube hier oben rechts laufen die zwölf lang oder oder bis ich glaube auch mal na gut dann komme ich hoch ich guck grad hier falls einmal daran ja oh ja kommt man hier geht es nicht es geht echt nur diese zwei eingänge krass hier hinten geht es auch okay dann vermiede ich das auch dann passe ich unten auf die Tür auf hinter dir ist auch eine Tür die ist jetzt aber vermied ich weiß noch nicht wie zuverlässig das ist das gute ist du brauchst ja nur einmal die maustaste durchdrücken dann macht es bam 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 es geht schon auf die 70 zu jetzt über ich höre mal gucken aber draußen hat doch wer geschossen ich vermute mal auch dass die sich da anschließend schon wieder das ist aber ein bisschen weiter weg vielleicht jagen die die anderen gerade ja das kann sein das wäre gut ich könnte den schlechter vielleicht sogar also die ähm trophäe so gut aufnehmen ohne dass mich einer aus dem fenster erschießt ich komm mit hoch jetzt jo ich bin im besitz besitz deiner geistigen kräfte und sehe keinen weiß ich drei sekunden habe ich noch ich sehe hier auch keinen lass uns hier raus gehen und gleich abhauen hier gibt es noch money ja wir laufen die richtung ist ja ich sehe auch keinen angekalt kein gegner zwei sekunden habe ich aber noch ich habe noch hier weitschaft muss raus das wäre super so die eine sekunde halt hebe ich mir noch auf wenn wir es ist eine so ob kutsche oder boot das weiß ich nicht es dauert aber noch eine sekunde wasser teufel das ist nicht der schnellste schwimmer ja das müssten wir da sein mhm ja das müssten wir da sein mhm 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 ja ja ich muss eben auch schon stoppen so gleosen oder das ist ein boot ja so k Ich seh keinen Eieieiei So So ich hab auch keinen mehr gesehen Also So Alter wir schaffen es vielleicht sogar raus Sieben Sechs Fünf Vier Drei Zwei Eins Jo Nicht schnell